Widmen wir uns jetzt der Frage, welche HTML-Elemente Semantik tragen oder nur Format bezogen sind. Fragen wir erstmal unseren Meister Tim Berners-Lee und seine Vision von den semantischen Agenten in seinem Semantic Web. Das Web, wie es sich heute präsentiert, ist ja ein großer Haufen Datenmüll. Und um dort die Rosinen rauszupicken, die Strukturen, die sinnvolle Verlinkung, die Information, das kollektive Wissen, nennen Sie es, wie Sie es wollen, müssen die Webseiten strukturell geschrieben worden sein und nicht ästhetisch. Denn die Seiten müssen von Maschinen gelesen werden können, von den Crawlern und Robots, der Suchmaschinen von Google, Yahoo und welches es noch so gibt. Und dann denken Sie an die Zeitgenossen mit visuellen Handicaps, die auf eine gefühlte, auf der Breilzeile oder auditive Darstellung der Webinhalte angewiesen sind. Oder wenn Ihr Browser es hergibt mit Voice-Over, können Sie sich den Inhalt einer Webseite vorlesen lassen. Tun Sie das mal mit Ihrem Auftritt. Mal sehen, ob Sie sich wundern. Okay, das ist Tim Berners-Lee und das bringt uns auf diese Ausgangsfrage, wann ist HTML semantisch oder nicht. Und vor allen Dingen, warum sollte man diese Frage beantworten. HTML ist wie viele andere deskriptive Sprachen eine Auszeichnungssprache. Davon gibt es mehr, als Sie vielleicht denken. Jede Wiki-Syntax oder das, was Sie im Diskussionsforum an Auszeichnungsmöglichkeiten gesehen haben, das nennt sich Markdown oder Tech, Latech, sind alles Auszeichnungssprachen, um die Semantik, die Struktur, die innere Logik eines Textes zu vermitteln. Also die Absicht des Autors, wie er seinen Text verstanden haben möchte. Sie sehen in der Aufzählung dieser Elemente, das ist rein logisch, strukturell getrieben. Wenn Sie vor einer großen Arbeit stehen, einer schriftstellerischen Arbeit, dann werden Sie sich genau diese Überlegungen mit auf den Weg geben. Worüber schreibe ich, wie strukturiere ich das, was ich schreiben will, sinnvoll? In welchen Kapiteln breche ich den Text um? Welche Absätze, welche anderen Elemente die Information tragen, die in der Struktur diese Information vermitteln, sollte ich verwenden? Wie Tabellen, Zitate, Aufzählung, geordnet, ungeordnet, Fußnoten und vieles, vieles mehr. Es ist also stets die Sicht des Autors, wie sein Leser, seine Leserin den Text verstehen soll. Historisch gesehen geht die Frage zurück auf Gutenberg, 15. Jahrhundert. Das heißt, der mechanische Buchdruck, das Setzen von Schrift, das Gießen der einzelnen Lettern, alles sehr, sehr aufwendig. Und die Kompetenz lag natürlich bei den Setzern, bei den Buchdruckern. Und jede Anweisung an diese Gruppe von Experten, ja, ist aufwendig, ist teuer. Und vor wenigen Jahren wurden all diese Schriftsätze arbeitslos. Mit Desktop Publishing hat der Autor eines Textes auch das Setzen und den Druck und die Vervielfältigung im Web alles übernommen. Alles aus seiner Hand. Alle Kompetenzen bei ihm. Im Gegensatz dazu, also die Trennung von Form und Inhalt ermöglicht eine Formatierungssprache wie Cascading Style Sheets. Diese Sprache adressiert das Aussehen, die Art und Weise, wie der Text präsentiert wird für bestimmte Medien, Druck, PDF-Datei, Webseite. Das heißt, hier werden Dinge wie Typografie, Layout, Grafik, Aufmachung angesprochen. Und es ist, wenn Sie eine Intention dahinter vermuten, dann eher die der Textneutralen, die Lesbarkeit, die Wahrnehmung des Textes oder auch die Schönheit, ja, ob der Leser gewillt ist, diesen Text zu lesen, hängt davon ab, die Ästhetik dieser Seite. Das alles sollten Sie mit einer Formatierungssprache definieren. Und sicherlich gibt es Dinge zwischen beiden Welten, semantisch neutrale Elemente, wie Span oder Diff oder ID und viele andere mehr. Kommen wir zu Hamlet. Semantisch oder nicht semantisch? Das ist hier die Frage. Ein kleines Beispiel. Ist das semantisch? Sie wollen den Text in Fettschrift setzen? Dafür gibt es einen alten HTML-Tag, der da heißt Bold, Fettschrift. Oder wollen Sie Ihren Text kursiv setzen, um ihn hervorzuheben? Italic. Oder wollen Sie dieses Hervorheben durch Unterstreichung bewerkstelligen? Oder nein, da gibt es nichts zu lachen. Das ist gelebte Wirklichkeit. Bachelorarbeiten, Masterarbeiten, die mit Microsoft Word formatiert wurden, wo Sie alle Optionen in den Toolbars oben finden. Da wird kreativ der Text formatiert. So was ist natürlich anschreiend. Text großgeschrieben, Ausrufezeichen, vielleicht noch mehrere davon, unfreundlich. Oder machen wir es vielleicht so. Im steht für emphasize und meint hervorgehoben, betont. Gesetzt sieht das alles so aus. Nur bei dem letzten Teil, emphasize, wissen wir nicht, wie das genau gesetzt wird. Das überlassen wir der Expertise der Setzer oder der Cascading Style Sheets oder Tech, Latech oder auch wenn wir immer besetzen. Wir konzentrieren uns nur auf den Text und sagen an dieser Stelle möchte ich ihn hervorheben. Das kann bedeuten auf, naja, sagen wir mal beim Screenreader, dass er einen so eingeklammerten Text, also mit emphasize, lauter vorliest als den restlichen Text. Es ist also die uralte Frage Form versus Inhalt. Was ist die Logik? Was ist nur Schall und Rauch? Natürlich beides wichtig. Und es gibt seit zehn Jahren einen buddhistischen Garten, CSS Zen Garten, der speziell deswegen angelegt worden ist, weil vor zehn Jahren keiner eigentlich CSS-formatierte Textdateien nutzen wollte. Gehen wir dort einmal hin. Schauen wir uns das an. So präsentiert sich das, wenn ich CSS Zen Garten.com aufrufe. Sieht sehr ordentlich aus. Ja, ansprechend für meinen Geschmack. Und der Text, den Sie hier sehen, alles, nur was hier textuell hinterlegt worden ist, ist die Vorlage oder die Vorgabe für alle, die designerisch das anders darstellen wollen. Also, wenn ich mir den Text anschaue, Seitenquelltext anzeigen, so sieht er unspektakulär aus. Die Anweisung für die Designer steht hier in einem HTML-Kommentar. Und alles, was Sie hier an HTML-Elementen sehen, ist semantisch. Gehen wir zurück zu unserem Zen Garten und schauen wir mal, welchen Effekt das hat. Wenn man Form und Inhalt tatsächlich physikalisch trennt in zwei verschiedene Dateien, .html, .css. Was wir sehen, ist von dem Urheber dieser Seite, Dave Shee. Und bei gleichem Text, bei gleichen Strukturinformationen kann das auch so aussehen. Und Sie sehen, es gibt ganz andere Animationsmöglichkeiten. All das ist CSS. Oder wir rufen den Roboter namens Jimmy. Da ist er. Der Text ist derselbe. Und auch hier lässt sich die Frage relativ leicht beantworten, sind Grafikelemente semantisch oder nicht? Das hier ist spezifisch für diesen Style. Einer geht noch. Einen Moment, einer geht noch. Wo hat er die? Ja, anders ist hier. Und sehr ansprechend. Es ist natürlich die Frage, ist das die Intention des Autos gewesen? Der ist dahingestellt. Also das muss natürlich abgesprochen werden. Aber der Zen Garten zeigt Ihnen, welche Möglichkeiten Sie haben, wenn Sie den Autor einerseits lassen und den Designer andererseits. Und natürlich heute in der industriellen Praxis haben Sie ein Style Sheet für einen Website-Auftritt. Das heißt, wenn ich an meine alten Seiten bei der Deutschen Bahn AG denke, tausende von Seiten Bahn.de, aber ein Style Sheet. Und wenn sich die Farbe ändern sollte, dann macht man es an einer Stelle und nicht an tausend.